Nein. Wir sind hier an der wunderschönen Barnehm-Grüneberg-Orgel aus Stettin von 1909, und zwar in Bergen auf Rügen, in Pommern. Und wie man sehen kann, gibt es hier einen unglaublich tollen Schweller. Und der ist für das Manual 2, und einen Rollschweller, das heißt eine Walze, den drückt man hier auf dem linken, den drückt man nach oben, und dann wird diese Walze aktiviert, und die kann man dann hier auch sehen. Ich mache das dann gleich später mal vor. Dann sind die blauen Register für das zweite Manual, und die rosa oder roten sind für das erste Manual, da ist natürlich auch der Boudon 16 dabei, und die gelben sind für das Pedal. Dann haben wir hier auch Piano, Mezzo, Forte, Forte und Tutti zum Anstellen. Wenn man die wieder weg haben will, dann muss man den Auslöser natürlich drücken, und wunderschön ist hier die Hohlflöte, aber auch hier die Rohrflöte. Also die Flöten sind wirklich unglaublich streichend und schön, und auch die Schwebung Eoline und Vox Celeste, diese Sachen zeige ich jetzt gleich, mit Schweller und Walze und diesen Flöten und der Schwebung. Musik 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 Musik